Nerven dich niedrige Ergebnisse beim Würfeln? Tja, uns auch! Willkommen zu Merchants of Kulta, einem Würfelmanipulationsspiel, bei dem du so lange weiter würfeln darfst, solange sich dein Ergebnis erhöht. Das ist dir nicht genug? Kein Problem! Aktiviere einzigartige Händleraktionen, bilde Kombos und übertrumpfe deine Gegner, indem du am Ende des Spiels die meisten intergalaktischen Waren besitzt. Entdecke mehr als sechs Millionen verschiedene Händlerkombinationen und genieße eine sich stetig verändernde Spieleerfahrung in 45 bis 60 Minuten. Merchants of Kulta, soon on Kickstarter.